Gute V zu HellDragonLP, ich begrüße euch zu einem weiteren Player Review und ich habe mich heute für Deniz Ilmaz aus der Türkei entschieden, aus der Super League. Und warum ich das gemacht habe, eigentlich ganz einfach, er ist mir so ins Auge gestochen und ich bleibe weiterhin dabei, ich möchte hauptsächlich Spiele reviewen, die man halt auf YouTube selten sieht. So, schauen wir auf seine In-Game-Werte und da werdet ihr sehen, er hat viel Grün dabei, unter anderem 80 Stärke, 80 Sprintgeschwindigkeit, 72 Ausdauer, 76 Sprungkraft, 78 Antritt, 72 Übersicht, 78er Ballkontrolle, 78 Dribbling, 76er Abschluss, 62 Kopfballpräzision, darüber wird zu reden sein, 72 kurzer Pass, 83 Schusskraftvolleys, 70. Arbeitsraten hat er hoch, mittel, 4 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung und er hat den Finesse Shot Trade, das finde ich immer ganz toll und ein bisschen verletzungsanfällig ist er. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil viel Szenen habe ich leider nicht von Deniz, aber kann euch sagen, so schlecht hat er nicht abgeschnitten. Denizil Matz, also wir fangen zuerst mit seinem Tempo an, da der Antritt 78 und ja, eine Endgeschwindigkeit von 80, da muss ich sagen, aufgrund seiner Hochmittelarbeitsraten ist der Gute fast nur vorne zu finden, er hat auch ein gutes Positionierungsspiel und deshalb bin ich mit diesem Tempo vollkommen ausgekommen und kann es definitiv als gut bezeichnen. Kommen wir zu seinem Dribbling-Ballkontrolle, das würde ich ganz gerne so ein bisschen zusammennehmen, Ballkontrolle und Dribbling 78 bei beidem. Bei der Ballannahme hatte er manchmal kleine Problemchen, aber wir reden hier von einem Silberspieler, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und Dribbling 78, ja, er hat drei Sterne Skills, hat er und deswegen muss ich sagen, alles in allem hat mir das ganz gut gefallen. Kann ich mich eigentlich nicht drüber beschweren, vor allem nicht für einen Stimmer. Kommen wir zu seinem Pass, der hat kurzen Pass, hat er 72, einen langen Pass von 62. Der lange Pass, den kannst du tatsächlich vergessen, der ist wirklich nicht sehr gut angekommen, aber der kurze Pass, also dieses Abtropfen lassen sozusagen, war vollkommen in Ordnung. Ja, im Grunde genommen möchte ich mich aber lieber darüber unterhalten, wie der gute Dennis Ilmatz vom Tor sich so verhält. Ich habe ja schon angedeutet, dass er sehr häufig vorne zu finden ist, das seht ihr auch hier, er sucht die Lücken und ist sehr häufig anspielbar. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und dann müsst ihr eigentlich nur noch schaffen, mit Dennis in den Strafraum zu kommen, ein bisschen Abstand noch zum Torwart zu haben und dann seinen Finesse-Shot-Trade einfach auszunutzen. Einfach in die lange Ecke mit einem Finesse, die Bälle waren eigentlich nahezu immer drin, seltenst hat er Chancen ausgelassen, höchstens dann, wenn der Torhüter zu nah war oder sich noch einen Spieler dazwischen geschmissen hatte. Also auf jeden Fall diesen Abschluss von 76, wenn ihr den Finesse benutzt, kann ich so nicht unterschreiben, der ist definitiv höher. Schusskraft hat er auch 83, da habt ihr ja beim ersten Tor schon gesehen, dass da ordentlich Wumms dahinter ist. Des Weiteren, darüber möchte ich auf jeden Fall mit euch reden, seine Kopfballpräzision von 62. Ihr habt schon gesehen, er hat zwei Kopfballtore für mich gemacht. Eins hatte, eins hatte, eins habe ich eins von weggenommen. Ein Tor hat er für mich gemacht bis jetzt, jetzt kommt gleich noch ein zweites. Also auch das ist vollkommen in Ordnung, darüber kann ich mich auch nicht beschweren. 73 Erstellungsspiel, auch das, wie gesagt, halte ich für definitiv etwas zu untertrieben. Hier kommt jetzt das zweite Kopfballtor von ihm und alles in allem war es das auch schon, denn ja, zu mehr hat sich Dennis halt nicht hinreisen lassen für Sehen, die ich euch zeigen könnte. Aber ich denke mal, man erkennt trotzdem, dass der Junge ein sehr brandgefährlicher Stürmer ist. Auch hier wieder den Finesse-Shot-Trade. Genau, darauf möchte ich euch noch aufmerksam machen, er ist sowohl links als auch ein Rechtsfuß. Acht Spiele, davon ziehen wir bitte mal drei ab, denn es waren wieder ein paar Chaoten dabei, die abgebrochen haben und sechs Torrat erzielt. Er kriegt ein Plus bei mir von Stärke, weil er ist sehr durchsetzungsstark. Schuss, Finesse-Shot extra nochmal aufgelistet, Beidfüßigkeit, er hat natürlich nur vier Sterne, schwacher Fuß, aber ihr habt gesehen, links oder rechts ist egal, er macht die Buden mit beiden Füßen. Und sein Kopfball, ja, er hat für mich zwei Tore erzielt, was soll ich dazu sagen, noch eine große Chance hat er noch gehabt. Ballannahme gebe ich Ihnen ein Minus, das möchte ich aber nochmal betonen, das ist nur manchmal der Fall. Und der lange Pass kannst du knicken. Die Kondition, habe ich kurz überlegt, ob ich es mit reinnehme, denn da hat er auch nur 72, aber es hat in der Regel immer gereicht bis zum Schluss, dass er zum Schluss noch einen Sprint ansetzen konnte, also kann ich ihm da auch nicht wirklich ein Minus geben. Ja, das war's von mir und ich möchte mal bitte das nochmal darauf hinweisen und Werbung machen, dass ich eine Facebook-Seite habe, die unten drunter auch in der Beschreibung zu finden ist. Schaut da mal bitte drüber und immer mal wieder rein, denn da halte ich euch auf dem Laufenden, wie es bei mir aussieht, auch mal privat, ob ich zu einem Video komme oder nicht. Oder lad auch einfach mal ein paar Tore hoch, wofür ich YouTube dann nicht unbedingt nutzen möchte, sondern einfach Facebook. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wie gesagt, kommt bei Facebook vorbei und dann bleibt mir nicht mehr, wenn wir jetzt sagen, macht's gut und ciao.